Mann, ey, Rahmen passt eigentlich auch voll gut. Da ist ja nicht was zu essen. Fuck you. Das ist ohne Haar dann. Achso, ja, stimmt. Aber vielleicht ist der, wenn in deinem Rahmen eine Haar drin ist. Was ist denn das? Ja, dann hast du auch Rahmen. Nur mit Haar. Nein. Alter, ist so dumm.